Hallo liebe Markkauf-Kundinnen und Kunden, ich grüße Sie recht herzlich zu den Markkauf-Nachrichten. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In den letzten Markkauf-Nachrichten habe ich bereits schon unsere Playmobil-Figuren für die Fußball-EM vorgestellt. Natürlich ist das nicht alles, was wir für Sie zu bieten haben. Wir haben hier das offizielle Sammelheft der Europa-Fußball-Meisterschaft. Natürlich ist das nicht alles, sondern hier rechts neben mir haben wir ganz viele verschiedene Fanartikel für Sie aufgebaut. Also schauen Sie vorbei und bereiten Sie sich auf die Fußball-EM vor. Zu einem tollen Fußballabend gehört natürlich auch noch das Grillen dazu, so finde ich das zumindest. Und da möchte ich Ihnen einfach hier einen Spartipp von mir mitgeben. Nutzen Sie unseren Bedienthekenpass. Dieser ist noch bis zum 30.06. gültig. Hier müssen Sie acht Stempel sammeln. Ab einem Einkaufswert von 5 Euro erhalten Sie einen Stempel. Sind diese acht Stempel erreicht, erhalten Sie 10% Nachlass auf Ihren Einkauf. Ich denke, das ist ein toller Hinweis und ein großer Spartipp, den ich hier mitgebe. Also nutzen Sie diesen. Sie können ihn an allen Bedientheken nutzen. Von daher viel Sparpotenzial. Und wenn Sie sich Ihren Stempel an der Bedientheke abgeholt haben, für Ihren Bedienthekenpass, können Sie gerne mal hier vorbeischauen. Hier haben wir einen ganz, ganz großen Keks für Sie vorbereitet von Leibniz. Und natürlich vor dem ganz großen Keks haben wir eine allerlei an Keksen für Sie aufgebaut. Also schauen Sie vorbei, greifen Sie zu und nehmen Sie einen leckeren Keks mit. Am 21.06. liebe Kunden, möchten wir Sie recht herzlich einladen, hier bei uns im Marktkaufel auch nochmal mit Ihnen zusammen einen Kundenabend durchzuführen. Wir haben einen Kundenabend zum Thema Käse. Wir möchten mit Ihnen durch Europa reisen. Passend dazu haben wir natürlich noch eine Weinverkostung mitgeplant. Wenn Sie Interesse haben an solch einer Karte und sich einfach mal durch Europa durchzukosten, dann wenden Sie sich gerne an unsere Kundeninformation. Dort erhalten Sie eine Karte. Die Karte kostet 25 Euro. Und dann haben Sie gemeinsam mit uns einen schönen Abend. Und nun sind wir auch schon am Ende angekommen der Marktkauf-Nachrichten. Ich wünsche allen Kindern am 1. Juni natürlich einen tollen Kindertag und ganz viel Spaß. Natürlich freue ich mich trotzdem auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ihr Marco Hesse Ich wünsche euch auch noch ein paar Mal.